Olli, erstmal ein Einblick von dir. Wie schaut es bei dir aus? Wie wichtig ist Ernährung für dich? Ja, ich bin jetzt ja schon seit 2007 hier beim Jan als Fußballspieler und natürlich beschäftigt man sich dann auch mit dem Thema Ernährung. Das spielt für mich auch eine sehr, sehr große Rolle in meinem Alltag und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. So, liebe Jan-Fans, und welche Rolle Ernährung für meine Mitspieler spielt, sehen wir uns jetzt an. Ja, für mich spielt Ernährung auf jeden Fall schon eine Rolle, im Sport vor allem auch, weil es einfach dazu beiträgt, wenn man sich richtig ernährt, die bestmögliche Leistung aus sich rauszuholen. Auf jeden Fall eine große. Mit den Jahren hat das auf jeden Fall zugenommen, dass man da ein besseres Auge für hat und auch mehr darauf achtet. Wichtige Rolle, also gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr Massentierhaltung und so weiter zur Debatte steht, sollte man sich sehr bewusst ernähren. Es tut der Gesundheit gut und auch der ganzen Umwelt.